In diesem Hotel sind keine Pokémon erlaubt. Ach, da erinnere ich mich nur dran. Das war ein Pokémon Rot. Das war dieses Hotel, das ein Pokémon Rot und Blau einen versteckten PC hatte. Jaja. Guck mal. Boss. Wir haben gerade 2000 Pokémon mehr als Preise versandt. Ach so. 2000 Pokémon als Preise versandt. Worauf habe ich das mehr her? Ähm... Schenke dem Poster in der Spieler. Keine Beachtung. Dahinter ist kein versteckter Schalter. Ich weiß. Ohoho. Mit dem Spielautomat genießen wir uns eine goldene Nase. Hast du auch mal ein Team Rockwit? Hallo? Starrst du mich so an? Nichts. Starrst du mich so an? Nichts. Starrst du mich so an? Tu ich doch gar nicht. Mich geht er weg. Oh, guck mal. In einem Restaurant. Psst. Unter der Spieler befindet sich ein Keller. Okay, aber da war doch kein Schalter. Hat doch gerade gesagt. Ja, lach mich ruhig aus. Ich bin pleite. Das ist jetzt Schluss damit. Ich werde niemals wieder zocken. Hier. Das kann ich jetzt nicht mehr gebrauchen. Oh, wir kriegen den Münzkopf. Jetzt dürfen wir wieder zocken. Dann würden wir zocken beim Zocken. Das wäre zockig. Äh, Mumpf. Der Mann dort drüben am Tisch hat Haus und Hof gezockt. Pferd zockt und... Achso, doch. Pferd zockt. Steht da sogar Pferd zockt. Ich habe geh zockt oder zockt gelesen. Mein Pokémon... Ne, meine Pokémon sind ziemlich schwach. Deshalb gehe ich oft zur Drogerie. Okay, mit Drogen vollpumpen. Obwohl die Drogerie natürlich nichts mit Drogen zu tun hat. Für die Leute, die das dachten. Äh, hallo! Wir machen gerade eine Pause. Oh, der Typ hat doch noch was zu essen. Nur ein Typ, der sieht doch aus, dass man jede Minute was zu essen braucht. Okay. Total unnützt, da einen Zerschneider ins machen zu müssen, wenn man eh aus dem Link gehen kann. Aber jetzt werden wir eine Runde zocken, würde ich sagen. Nö, 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 nö. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Startmünzen kaufen. Hallo? Willkommen! Neben, äh, nebenan kannst du deine Münzen gegen Preise eintauschen. Cool. Willkommen in der Rocket-Spielhalle. Ach, die ist sogar neben Rocket. 550. Können wir sich an sieben Fingern abzählen, was billiger ist? Nichts. 500 sieht viel größer aus. Naja. 50 Münzen bitte. Ich glaube, wir müssen 100 Startmünzen. haben, oder? Ich hoffe mal, die bei 100. So. Ein, ein, äh, ein einarmiger Belieb, möchtest du spielen? Gibt es noch was anderes? Ist da hinten vielleicht noch ein Rollettisch? Ne, in irgendeinem Spiel gab es da hinten noch ein Rollettisch. Naja. Wir kriegen einen Typ, an den Leuten, wenn wir mit denen sprechen, übrigens auch Münzen. Das hätte ich vielleicht bedenken sollen. Gewinnkombos. Achso. 300 bei siebenen, 100 bei Rockets, 15 bei Pikachu, 15 bei Enton, 8 bei Magnetilo, 8 bei Mouchas. Bei denen kriegen wir 6, wenn die mal dabei sind. Okay, wie viel setzen wir? Ach, alles setzen. So, so, und so. Oh Mann. So, so, und so. Oh Mann. So. So, so, und so. Oh Mann. 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 So, so, und so. Yeah. So, so, und so. Oh. So, so, und so. Yeah. 4. So, so, und so. Yeah. Wieder 4. Einen kriegen wir plus. Egal. Machen wir immer so. So, so, und so. Fast. 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 So, so, und so. Oh, ganz bittlich fast. so so man so 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 verarsche hier voll die zocker so hallo ich will was von ihr haben ja gibst du mir was ja ich krieg 20 münzen hallo ich will auch noch was kriege ein paar münzen oh cool 20 münzen was das denn pokémon drucker damit kannst du ein bild deiner pokémon auf der rückseite deines trainer pass ist druck 50 pokémon das machen wir mit dem drucker kann hey du hast wichtigeres zu tun champion in spiel gesagt muss das sogar die wertvolle informationen aber zockt weiter kein ding hallo zehn münzen hallo zehn münzen ist hier ach naja der wollte da was nie das war ein anderer zwei leute so dann gucken wir es noch mal nebenan was wir so viele preise eintauschen können ich denke mal die werde ich mir nicht erzocken sondern muss ich mit geld eintauschen ich habe heute eine glücksträhne und gibt es uns nichts ab ich hätte gern ein pokémon aber ich habe kein glück am einladen mannieten wir tauschen pokémon in preis eisstrahl eisenschweif donnerblitz ja brauchen wir nicht mehr haben wir schon spukball wäre auch ganz interessant ob den irgendjemand lernen kann von uns ach so das war schon spukball dann noch das fünfte das ist flammenwurf den kriegen wir zwar später aber so hätten wir schon mal eine ordentliche waffe kostet aber 4000 dann müssten wir 40.000 pokémon investieren nicht so nice ähm was gibt es hier eine abra das kostet 180 könnten wir sogar fast leisten pipi dratini oh dratini wäre nice porygon ist mir egal aber dratini wäre nice naja könnte ich mir sogar das fünfte sechste pokémon ersetzen lassen rauchball wundersaat holzkohle boah wir könnten holzflöte eine holzkohle kaufen die wär cool machen wir stärkere feuerattacken vor allem weil wir generell gerade keine trageitems haben naja fangen wir mal mit der arena an würde ich sagen ahja müssen wir zerschneiden für lynch die hey diese arena ist voller frau hä haben das ein feuer ich dachte ich wollte gerade eine nette anekdote von anderen dazu dass der typ sagen würde der raum ist voller starker graing aber im original sagen würde hey, der Raum ist voller Frauen als Spanner sozusagen aber nein, diesmal sagt er das ja auch also sagt er das ja nur in Hardgold Solo Silver oder was andere weil der Typ steht da immer auch in den Remakes und in den zwei Jahren später die Gold-Silver nach Rot und Blau eigentlich spielen, Tugentum würden cool wusste ich gar nicht ich dachte, das sagt er wirklich nur in Rot und Blau ach so ja, Spanner, ne? gut Janik ist nicht so eine gute Wahl vor allem, weil er noch keine Flugattacke beherrscht ansonsten wäre es okay die, die, die wäre eine blöde Wahl weil, äh, wegen Plans in der Tange ja, man lernt doch trotzdem mal auf egal, selbst wenn er Level 29 diese Runde währt denn wir haben nicht viel mehr was, weil die Anfangstrainer die könnten ruhig noch nicht Toastie überlassen vor allen Dingen die, die, weil die meisten Pflanzen-Pokémon ja gleichzeitig Gift-Pokémon sind mit Fenster zum Beispiel mit 23 ja, geil ja, ja das kann die, die locker machen mit der, mit ihrer Intensität an denen die, die eigentlich Erdbeben weiß ich gerade gar nicht Ultrigarier wow na so, wow ist das gar nicht ja gut die, die macht jetzt mal die Vortrainer und ähm ähm, ähm wir machen, wir machen dann den Rest so hat sogar eine Runde überstanden wir wurden umwickelt oh mein Gott können wir durch den Wickel eigentlich reicht eine Lehmschelle na, wir wollen das nicht riskieren vor allen Dingen macht eine Intensität 20 ach, Intensität 4 genau, ebenfalls 20 Schaden von daher können wir nur besser werden mit Intensität oh, bringt es aber ordentlich ohne XP ja 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 tausch hallo mir wurde mir wurde schon langweilig ja, ja schon gemerkt diese diese äh Arena besteht nur aus weiblichen Trainern Salma das kann man im Anime gut sehen und da durfte Ash sich sogar nicht mal als herausforderer als Typ ähm anmelden naja, ja hier im Spiel sind sie relativ also ein bisschen toleranter wir wohl gepriesen werden würden würden tun wenn wir als weibliche Person angefangen hätten hm naja auch ein bisschen ungleichberechtigt in der Arena in der nur Frauen teilnehmen äh in die Spielen da dürfen da dürfen auch nur Frauen äh also herausfordern aber in den ganzen Arenen in den Typen sind da müssen Frauen angenommen werden naja will ich nicht so drüber da kann man nix gegen tun muss man auch nicht ist ja nicht überall so Intensität 9 sollte von One-It reichen bei 6-7 Unterschied ja 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 schon fast Level up Mirabla dann denke ich mal dann ist es dann noch ein Dooflor da ne also Ultrig war es Ultrigaria aber ein Zweikofrenzer wird sich herausstellen wenn das gleich ein wenn dann gleich ein Dooflor kommt statt einem weiteren Mirabla ach man Intensität 8 ist also notwendig na gut war nur ein Lockluft so das Gift tut natürlich weh Leben Schelle oh so Level up DD ist Level 28 und als nächstes kommt noch ein Clopenser das bringt mein Konzept natürlich total raus dann können wir unser Reitschum in den ersten Auftritt setzen Sparky 2 3 ja schon um einiges stärker dadurch ging das Level up Wokzuki so eine schlechte Attacke wie Wokzuki Alter guck dir das an ja ne 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 oh nein ist auch noch ein Wickel wach auf man noch ein Wickel nochmal ah Statik zum Glück verliert Sparky diese Fähigkeit bei der Entwicklung nicht wobei es kann nur besser werden na gut es kann auch schlechter werden aber warum sollte er wirklich die Pokémon eine schlechtere Fähigkeit bekommen ne naja außer Leta King aber das ja auch nur weil es zu stark wäre sonst ne hallo oh mein Gott hast du nicht schon einmal hier herangeschaut ne das ist der alte Sack da vorne ach ne das ist ja Dingens wieder vorne ne Bisa Sam oh und Bisa Sam wohl Schlafpuder einsetzt nein komm da nicht wo bist du denn Sparky ich bin so ein Blödmann und vergesst zu tauschen Rankenheap oh mein Gott das tut ihm mehr weh als mir durch die Statik Ruckzuckheap mich würde interessieren was mehr Schaden macht kann ja jetzt ist ja jetzt egal Gott das war ein Volltreffer Donnerblitz bin ich sehr effektiver Donnerblitz oder ein Ruckzucki etwa gleich na wir müssen die Viecher hier one hitten damit wir wirklich was machen können ist egal wir treffen wir nicht die erste Runde schlafs geht immer durch na manno kann nicht angreifen wird man noch nicht BTF Alter wach auf danke respekt okay geteilte Erfahrung ist halbe Erfahrung dieser Knosp sogar die erste Entwicklung in diesem Let's Play ne Quatschillock haben wir schon gesehen also haben wir jede Entwicklung einmal gesehen juhu äh äh tränke ich würde gerne einen Sprudel saufen tue ich gleich selber auch mal den hier mhm ah fast egal Rasierblatt owa